Es freut mich, dass Sie den Auftrag annehmen. Ja, mein Name ist Richard van Weiden, ich bin Schauspieler und seit einigen Jahren verdiene ich meine Brötchen auch als Synchronsprecher für Computerspiele. Nee, also ich würde mich jetzt nicht als Gamer bezeichnen, wenn man als Beispiel sechs bis acht Stunden in der Dunkelkammer steht und Computerspiele synchronisiert, was öfter vorkommt, dann hat man vieles vor, aber ganz sicher jetzt nicht nach Hause zu gehen und sich vor die Spielebox zu stellen und dann auch ein Game zu zocken, es sei denn, man hat nicht mal eine Tassen im Schrank, das kann schon passieren. Ja, ich mache das jetzt seit, ich weiß es gar nicht, Computerspiele vielleicht seit sechs, acht Jahren ungefähr, ja. Ja, also man sollte es in jedem Fall machen, wenn man mit der Stimme länger arbeiten will, das ist im Grunde ja ein Instrument, man muss es betrachten wie ein Posaunist oder ein Cellist, die spielen ja auch erstmal ihr Musikinstrument warm und erst dann kommt auch der Ton und das Instrument wirklich zur Geltung und so muss man es ungefähr auch machen, sonst schadet man sich die Stimme. Also was jetzt kleine Rollen betrifft, da kann man sich gar nicht wirklich darauf vorbereiten, in manchen Computerspielen, dann spricht man ja auch zwei, drei verschiedene, das kommt schon vor und da bereitet man sich im Grunde gar nicht darauf vor, dann kommt man rein und setzt sich auf das englische Original, das man über den Kopfhörer reinbekommt, setzt man sich drauf und hat man halt die Tonspur oben und versucht es halt eben genau zu treffen. Und wenn es um größere Rollen geht, dann hat man vorab schon die Möglichkeit und kriegt Informationen über den Charakter und unter Umständen kann man sich Fotos, Bilder oder Filmsequenzen ansehen und erarbeitet das halt dann. Ja gerne, mein Name ist Michael Buss und ich bin Head of Localization bei 4Retail Media und was ich mache, mache ich nicht allein, sondern wir haben ein ganzes Team, das an der Lokalisierung von Videospielen arbeitet und ja, was wir machen ist, es fängt bei der Übersetzung an, das Lektorat, Recherche, Skripterstellung und dann im Audiobereich eben das Casting von Synchronsprechern, die Vorbereitung für die Sprachaufnahmen mit den Materialien, die wir vom Entwickler bekommen, dann die Sprachaufnahmen selber und am Ende steht halt die Post-Production der ganzen Sachen, die wir aufnehmen. Es handelt sich hier offenbar um eine Art von, oh Gott, oh Gott, vergiss es, zu gefährlich. Ja, im Prinzip haben wir unser Hobby zum Beruf gemacht, wir sind alle Gamer und haben auch vor 4Retail Intermedia schon in der Gamesbranche gearbeitet, im Bereich Marketing und Lokalisierung und damals ist uns halt immer aufgefallen, dass die Lokalisierungen ziemlich dürftig waren und da kamen wir eben auf die Idee, das selber zu machen, weil wir ja auch wussten, wie die Anforderungen von Publisher-Seite sind und ja, genau die Services bieten wir jetzt an, sodass also unsere Kunden da hervorragende Lokalisierungen bekommen und das Ganze reibungslos abläuft. Berichten zufolge hat Präsident Grace für die gesamte Ostküste den Ausnahmezustand verhängt. Du bist erledigt, Mr. Grimm! Ja, auf jeden Fall macht ihr noch Spaß, das liegt vor allem an unserem Team, mit dem wir hier an den Projekten arbeiten, aber auch an den ganzen Genres, die wir bearbeiten. Also das geht ja vom Sportspiel über irgendwelche Prügelspiele, Jump'n'Runs, Adventures und so weiter oder eben Strategiespiele wie Jack the Lions. Also es wird eigentlich nie langweilig und es ist halt auch immer ganz schön, wenn man dann am Ende das fertige Produkt in den Händen hält und weiß, dass man auch so ein bisschen dazu beigetragen hat und wenn man halt auch die Spielfiguren sieht und wie man die dann zum Leben erweckt hat und das Ganze auf Deutsch natürlich. Also ich glaube nicht wirklich, weil man braucht sehr viel Erfahrung vor dem Mikrofon und auch Disziplin, wenn man vor dem Mikro sitzt und das ist normalerweise nicht in der normalen Schauspielausbildung drin, das kann man sicherlich lernen, aber ich denke da muss man schon viel Erfahrung mitbringen. Also beim Richard, der passt glaube ich wie die Faust aufs Auge zu Jack the Lions. Der sieht aus wie ein Söldner und der hat die passende Stimme dazu und ich frage mich wirklich manchmal, was der in seinem früheren Leben gemacht hat. Ich glaube, der war bei der fremden Legion. Es wird Zeit, Sie zu beseitigen. Hier sind die Diamanten. Runter! Nicht anfassen! Oh nein! Ich kann gerne, aber es gibt leider viel zu wenige hessische Helden in Spielen. Dieser Wald lebt. Da jucken wir aus zwei Gründen die Finger. Der Hunger nach Blut treibt sie an. Das war schon ein ziemlich großes Projekt. Wir hatten über 100 verschiedene Sprechrollen, die wir abdecken mussten und es waren so etwa 15.000 einzelne Sprachtexte, die wir aufgenommen haben. Und das macht das schon zum ziemlich großen Projekt im Spielbereich. Und wenn man es jetzt mit einem Kinofilm vergleicht, die haben durchschnittlich so 1.000 einzelne Sprachtexte. Und wenn man dann diese 15.000 sieht, die wir für Jack the Lions aufgenommen haben, ist das schon verdammt groß. Und jetzt ab in den Sattel. Das Ende der Welt wartet auf niemanden. outstimme jetzt Untertitelung des ZDF, 2020